Servus, was geht, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer vierten Folge des 1 und 2. Wir sind jetzt, wir haben jetzt die Einleitung sozusagen fertig. Wir können jetzt Co-op spielen, also könnten Co-op spielen. Also wenn ich jetzt Leute finde, die auch die PG-Version haben, dann könnte ich mit denen zusammenspielen, weil PG und USK gehen ja nicht. Und, äh, wir können jetzt nur USK und PG und PG gehen. So. Ja, wir sind jetzt in der Olden World, äh, übergeben. Was heißt Olden World? Ja, also das, was man hier als Olden World bezeichnen kann, ne? So. Go ahead, ich sour dich, immer wieder. So. Okay. So, komm, komm schon. Ich liebe dich. Okay. So, es geht. So. So, die würde ich jetzt, ob sie haben. So. So. Weibliques. evaku das evakuation okay und wo die wir denn jetzt sind die wir sind jetzt hier ja hier ist noch ein haus was ist das lager sind jetzt die haben ein lager sind das wüsste ich irgendwann hier kommen wir her hier ist das nicht doch angekreuzt aber hier brauchen mein weil das haben wir immer tun wo wir jetzt hier hinkommen ansonsten wo das ist immer noch der toll von ihr na ja wir haben immer noch weiß noch etwas was wir nicht haben ich weiß nicht warum bitte die ganze zeit hey ok da kommen wir nicht hin guck dir das mal an ah man kann es mal kann also oder das ist das ist immer ist ok dass das das finde ich jetzt richtig nice so liebe es dann fast wenn es nicht einmal an der jetzt nicht 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 und schlags doch das ist das ist okay du hilf ist und da kommt aber so ausgeführt die haben warum nicht hat man nichts raus dass sie kenne ich die zähne kenne ich hause oder die szene die zähne kenne ich hause aus dem dr. morgens hier aus dem game day trailer video ja da bei ihr müsst ihr gern mal mein anstieg ok, das könnte ich jetzt ausmachen oder lustig, oder? das kann man ja leider einmal drehen und dann was ist die sich mal mit ihr zu sehen und auch wenn ihr es gesehen habt das istney uns zu sehen herrschen glüht leid das nicht ich weiß nicht wenn du dann war's aber Ich habe das Ding fürs. Ich habe das Ding fürs. Das ist auf dich. Hey, hast du einen anderen Mann gesehen? Einen anderen Mann? Ich werde dich wissen, ich bin ein reasonably responsable adult. Verdammt. Ich dachte, dass ich sie schütte, und wurde spügt. Hör, wenn ich die Tür rauskomme, kannst du nach vorne suchen? Du findest diese Frau, du bringest sie zurück. Und wir werden das Ding rauskriegen. Also, bitte schau mal für die anderen Trespassers. Sie bite. Hey, geh aus da, du scourge of a Satan! Okay, ich werde es. Danke, danke, danke. Nein, wirklich, du bist zu kind. Hey, stop das! In der Fall, wer nicht glaubt? Ich würde was, was wir nicht machen können. Ich würde das wissen, was sie nie genug machen, oder? Also, mach mich einfach, oder? Also, jetzt mach mich einfach mal. Ich würde mal, mach mich nichte, oder? Du bist. Dann bin ich... Zwei, ich bin ein... Hallo! Ich würde sonst nicht so weit machen... Oh, Jay. Always late to the pie. I know it. Hey, nah, I was too slow. Son of a bitch. Well, I say, it's about time we send these party crashers back to hell. Very okay. I'll get you this time. Now move. Oh, nice, this hobbit is wounded. Oh, well, some damn fine work, yes. Hey, get over here. I need to talk to you. First of all? Yes, first of all? Are you sorry to know, first of all, then? First of all. Also, that's you, of course, from Rikidoos. Also, with the heck of the field, though. Oh, I need to talk to you. What? That's the, that's the, that's the life of the legend Curtis. I need to talk to you. Fucking. Before, should I drive, Moal? No. Hey, Biggie, what will you say, to me? nicht mehr nicht mehr Ja Diggi, was ist denn jetzt mit dir? Ah, okay. Okay, Diggi. Dann kommen wir mal. Wenn der Einten sagt, bis es zu bauen will, dann kriegt er auch Spur. So, hier ist nichts, doch das. Das ist doch normal, dass Waffen dann doch so gut gehen oder kann man das am Anfang? Kann man das? Kann man das? Bestimmt. Bestimmt. Ja, das ist toll. Oh. Ich bin kein Elektrikiker, aber wie schwer kann es sein? Ich bin kein Elektrikiker. 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 Und hier waren... Ah, ruhig. Ich gehe. ok dann ist der leiner wieder komplett aus und kommen hier jetzt auf einmal so dann kommen wir mal wo noch mal kurz hier geschnürzt ist nicht hey dfk ist wotan auch kurz hier mehr so sieht aus die genau so genauso grottig au dd Ja, also ich werde auch keine Granaten in meinem eigenen Haus zählen wollen, äh, Deg. Auch wenn ich die das ist immer mehr als Baseball Thäger Was ist die Baseball Thäger? Das ist doch Das ist doch ein Fäckchen Ja, das ist Ich weiß nicht, wir müssen die Kippen. Ja, feining. Ist es, glaube ich, Hormis hier noch mit? Ich bin noch nicht so guter Fahre, ganz ehrlich. Du hast eine Minute? Ich werde es noch nicht weiterentwickeln, aber ich werde es noch nicht weiterentwickeln. Ich werde es nicht weiterentwickeln. Es wird eine Chance, dass ich noch nicht weiterentwickeln kann. Aber es wird noch nicht weiterentwickelt. Das ist so schön. Ich hab noch viel noise-kommens von den neighbors. Ich bin so ein bisschen von mir aus für das Nethil. Aber jetzt, für das so. Ich bin nicht sicher, was ich gemacht habe, aber es ist nicht sicher, was ich zu verdienen. Na, Mama war es für ein Sonntag mit Kurtis Sinclair. Gott erhebte sie. Guck mal, was in dieser Haus du brauchst, ist es dein. Es ist das Problem, was ich dir. Wir sind sicher, dass wir hier nicht bleiben können. Wie sieht es da aus? Es ist das Problem. Die Räuner Räuner ist zu nehmen, die Survivors. Emma war ziemlich explizit. Bring me your poor, your rake-wielding maniacs. Na ja, ich werde da. Die Nachbarn waren hier allgemein. Ich muss ihnen ein Stück von meinen Geist für mich nicht auf mich zu schauen. Ja, naja, Herr Steele ist nicht mehr mit uns. Wir sind in der Leben. Er ist tot. Verdammt schade, ein Sonntag mit mir Geld. Oh, gut. Ich werde meinen Weg nach oben machen, nachdem ich meine Glückwunsch zu diesem Ort sage. Ja, du hast heute gut gemacht, Kind. Danke nochmals. Ich kann mich zurück zu Emma´s, wenn du willst. Mom würde nicht glücklich sein, wenn ich dich verletze. Schau dich, Kind. Ich bin alt, nicht senile. Danke, Kero. Was kommt mir jetzt hier immer hin? Ah, Bubba. Cool. Bis zum nächsten Mal. Aber wenn sie nicht! Wie geht's euch? Wie ist es? Bedeut. Und das ist so, Bium. Da kommen wir noch draußen. Hier kommen wir uns vorne draußen. Moin gut. Ein draußen mit 80.000 Zimmern. Oh hey, was geht? Und es. Waschtwüchel, waschbau? Ja, aufhören wir es. Wie heißen die? Koffie nirgst? Aha. Wird die Seifweste auf oder mich? Ja, die Geweißen sind dann Seifwesten. Das ist die Besuchung, ne? Da kommen wir eine Weiner, mach hier. Lass uns mal ein Toad mit dem Muffel, ne? Was hältst du in der Luft? Ja, muss ich ein bisschen... Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Also, da kommt man es, ne? Wo nach einem hier, den Ding, setzen wir. Wirklich? 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 Ich bin da mit dem Füßchen. Das heißt, wir haben hier nicht alle schon zu beachten. Da wird man zwang, jo? Nein, das ist so gut. Nee, der hat der Outkampf, bist du? Nee, der hat der Outkampf, bist du? Hin. Das ist ja jetzt echt. Okay, gehen wir mal noch ein paar Zuhören. Hm, wo nicht? Fassel, wenn du hier die ganze Zeit nicht aufstehen willst, dann? Ja, du wolltest hier, ich gehe dann mit meinem Kreislofer. Nee, das kann ja auch mit der Zeit sein. Anni von hier schon. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben das auch geholfen. Wir haben das auch geholfen. Wir haben das auch geholfen. in dann gehen das war sie zu füßen ja gut das ist auch gut naja befreit ja ja die stromale Neue ok die stromale Neue das beginnt ja gut Leute ich würde dann mal sagen wir sehen ich weiß nicht ob wir uns in der nächste Folge sehen gucken wir mal denn je nachdem wie die ersten Folgen jetzt reinkommen machen wir dann noch mal welche ansonsten würde ich sagen vielen Dank fürs Zinführen lasst ein Neid und ein Abo da und wir haben uns oder nein bis dahin Leute kommen wir ja sehen Ciao